Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir, zu einem neuen und das auch sehr traurigen Video. Ich werde erstmal aufhören, ihr seht es vielleicht schon am Titel, der Grund dafür ist so die Aufrufzahl und auch so nicht. Ich mache das zwar ganz zum Spaß, aber mir wird es einfach ein bisschen zu viel, weil noch was anderes dazwischen gekommen ist, was heute sich entschlossen hat und deswegen höre ich erstmal auf. Ich hatte erstmal keine Videos hoch, außer eins, das kommt noch. Das kommt aber wahrscheinlich ohne Effekte. Ich hatte das erst mit Effekte geplant, aber da das irgendwie nicht funktioniert, kommt das ohne Effekte. Und ja, es ist sehr traurig, diese Nachricht rüberzubringen. Ich weiß nicht, wann ich wieder anfangen werde, definitiv nicht im Januar. Januar geht auch noch drei Tage. Und ich denke mal auch nicht im Februar. Ich denke im März kann ich mir das überlegen, aber erstmal möchte ich so spielen. Und ja, das alles alleine spielen und alles erstmal ohne aufnehmen. Und ja, vielleicht nehme ich auf und vielleicht nehme ich mal ein Video pro Woche auf, dass ich dann, wenn ich dann Videos hochlade, das hochladen kann. Aber erstmal höre ich auf und ja, das Ganze hat, ähm, habe ich eben gerade, was heißt eben gerade, ich habe das schon ein bisschen länger überlegt. Aber naja, ich höre erstmal auf. Es kommt, ja natürlich noch ein Video, habe ich ja eben gesagt. Und, ähm, ja, was soll ich noch sagen? Schreibt gerne irgendwas in die Kommentare. Ähm, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und, äh, aktiviert natürlich weiter die Superglocke. Vielleicht erreichen wir ja so die 100 Aufrufe. Ich will jetzt auch keinen Klickanzahl machen. Ich mache zwar, ich mache zwar mit sowas Klickzahlen, die nicht normal sind. Zum Beispiel meine letzten Videos, meine letzten zwei, die haben 4, 3. Und zum Beispiel, wie, ich suche einen Cutter oder so, hat über 150 Aufrufe. Das ist dann natürlich noch eine andere Hausnummer. Und, ja, ich werde aber erstmal aufhören. Und ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Und ich werde diesen Kanal nicht löschen oder sowas. Ich werde auch alle Videos hochbehalten. Ich werde vielleicht irgendwann wieder anfangen. Es kann aber noch keinen genauen Zeitpunkt geben. Und werde dies aber auch bekannt geben vorher. Eine Woche vorher oder so. Oder vielleicht einen Tag vorher. Kommt vielleicht spontan. Definitiv nicht im Januar, nicht im Februar. Das heißt, vielleicht kann 1. März sein, dass ich ein Video mache. Und ich wünsche euch natürlich was. Habt trotzdem natürlich noch viel Spaß. Und dann sagen wir zum letzten Mal im Januar, Februar. Ciao, ciao.